So, meine lieben Leute, zurück zu Conan X. Heißt, wie, da melde ich mich mit meinen beiden Trolls im Schlepptau. Okay, da fängt der gute alte Tanz an oder was auch immer, der rituale Tanz. Wir gucken uns jetzt die ganze Bude an. Hier ist irgendwie ein Leck. Nö. Ich sehe gerade, dass das Dach hier nicht wirklich zu ist, oder? Das soll auch so sein. Ach, das soll so sein. Richtig, da ist ein Gitter davor. Es blieb wie aus. Nein, das Gitter ist davor. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich tue mir mal die schicke Bude an, was mir ja der gute Herr hier hingestellt hat. Ja, nice. Leine Starttour. Äh, gut sind die Haare drüber, bitte. So, äh, guter Herr. Wollen Sie uns durchführen, oder soll ich einfach nur gucken, oder? Soll ich doch gucken, was ist das Problem? Ich muss eh gerade noch was machen. Also, deine Sachen sind auch erst und fertig, ne? Ja, das Bild sieht kalt aus. Das haben wir schon gezeigt in den letzten Tagen. Schön und hässlich. Ja, so sehe ich aus, wenn ich morgens früh aufstehe. Das sehe ich so aus. Danach passt es dann. Was ist das, ein Spiegel? Oh, das hat einen geilen Effekt. Oh, das macht er ganz genau. Ja, äh, publiciert das Bild, was hier im Raum ist. Wow. Sieht aus, wie das so... Wie heißt das so, wie soll ich das sagen? Bisschen Wasser. Wassereffekt, richtig. Wassereffekt, ja. Jetzt habe ich das richtige Wort dafür. Die Schmiede, wie so aussieht. Alchemistische Sachen. Alchemistisch, auch cool eingerichtet. Verkäufe, Lederherstellung, geil. Geil, geil, geil. Tüche. Jetzt doch hier nach oben, ne? Hm, ja, andere Seite. Dring, dring, dring. Okay, wieso ist es hier genau offen, wenn ich fragen darf? Da kommt noch was hin, gerade Sorge. Ah, deswegen dachte ich mir schon. Soll ich da hochgehen, oder soll ich die Tür immer da, oder was auch immer das ist, hier die Türen gucken? Du kannst, äh, das sind die Schlafräume. Ah, das ist deins, ne? Wie so aussieht. Und das hier soll meins sein. Okay. Aber meins ist irgendwie größer, oder nicht? Das ist, äh, sowas von, soll ich nicht was sagen? Das ist egal, ja. Ich stelle mal meine Trals hier rein, dass die nicht mehr im Weg sind. Ich könnte mal gerne hierbleiben, Jungs. Dann werde ich das Sitaka noch einrichten. Vielen Dank. Okay. Dann mal am Haupteingang. Oh, ist da die Tür jetzt offen? Ah, du bist... Okay, ich will hier mal gucken. Ah, hier ist der, äh... Die Produktion der guten Arbeiter. Okay. Guten Gewerkschaft. Cool gemacht. Wie soll ich schon sagen? Irgendwie fehlt mir ein Trals, oder? Ach, da ist egal. So, da haben wir gesehen, dass da die Pferde hinkommen. Hier ist die gute Schlachterbank für mich. Oh, hat er mich gedacht. So, oh. Hier ist ein schicker Leiter. Hast du das Buch noch? Ja, klar. Stopf's mal auf dem Table. So, ja, warte. Das mache ich. Stimmt, dann kann ich auf die Seiten direkt... rein stoppen. Und die Beutel stopfe ich im Moment auch mal schnell rein. Ich muss das mal ein bisschen umziehen. Was brauche ich denn noch? Was da denn? Ich glaube, Blut habe ich auch gebraucht. Das heißt, Dämonenblut, ich glaube, das habe ich mal gebraucht. Das sind die Leuchter-Essenz. Das kommt auch mit rein. Das mit rein. Warte mal, nee. Ich habe gekommen, dann gucke ich nachher. Immer das Größte drin. So, wie komme ich jetzt die Leiter schon wieder hoch? Blättern. Ja, einfach dann hoch. Ja, genau. Dann springen sie ein bisschen. Ich habe zwei in meiner Pizze. Okay, das andere macht Urlaub. Hier oben hast du offen gelassen. Ach, das wäre sonst nicht... Hätte sonst nicht geklopft in der Brücke, oder? Mh, richtig. Oha. Hast du das, mein Altar schon erweitert? Oh. Hä, wie hast du das gemacht? Kannst du gar nicht den glauben? Ich brauche nicht den Glauben. Man holt ihn sich einfach drüben. Ich kann ihn auch skillen. Oha. Okay. Gut zu sehen. Das Problem ist... Ich muss es dann noch lernen, damit ich dann die Wüste was tun kann. Musst du die Dame da oben bedecken, auf jeden Fall. Wärst du jetzt raufgekommen? Dann wäre das ganz übel geendet. Ach, du hast sie schon bedeckt? Ja. Sonst wäre das ganz übel geendet. Aber auch hast du gedacht, okay, das kann ich nicht so machen. Warum ist hier überhaupt offen? Hm, wo? Das Dach. Die, ähm... Dreieckdächer. Die kann man auch zumachen, oder? Die Dreieckdächer habe ich offen gelassen, einfach nur für die Schönheit. Ich wollte es dann warm. Dass auch ein bisschen Luft reinkommt, in dem Fall. So. Das soll also quasi auch der Wehrgang hier oben sein, oder wie ist das genau? Ja, ich möchte... Hier oben kann man auch noch einen Bogenschutz hinstellen, oder? Da kann man durchs Loch fallen, nur so für ein kleiner Info. Gut. Wenn man durchs Loch fällt und ich mal runterkomme, dann ist es gut. Ach, hier geht es nochmal so hoch. Okay. Dann gehe ich mal auf die andere Seite. Ich glaube, da kommt man irgendwie noch anders irgendwo hoch, oder? Oder ist das nur auf beiden Seiten das Gleiche? Beide drei Seiten. Ja, hier ist zu. Ah, verstehe. Okay, da kommt man nur auf der einen Seite da hoch. Mhm. Ist kompakt und klein gehalten, aber alles Wichtige ist drin. Okay. Sehr gut. Das heißt, die Führung ist schon durch. Die Lagerkisten natürlich. Und das andere geschmäus. So, oh Gott. Äh. Hast du die Keys? Ist das ein Skintisch für was? Ach, für Waffen. Ist das der gleiche Skintisch? Ist das der gleiche Skintisch? Mir kommt mir das so komisch vor, weil hier hat das noch ein Portal vom Magier ist und Handschuhe. War das schon immer so drauf? Weiß ich gar nicht. Sieht aber cool aus. Ist das nicht die Optik geändert? Oh. Ja, was wolltest du genau? Erstmal wird der Fisch durchgebrutzelt. Hast du... Wo habe ich meine Wasserflasche? Ich habe gar keine mehr. Ah, ich habe einen Spinnenkopf hier drin. Ähm, okay. Brunnen ist im Stall. Im Stall, okay. Aber ich habe die Wasserflasche nicht mehr. Äh, ich habe mal die Köpfe, packe ich oben in den Kleinkästen rein. Hast du noch irgendwo hier Tierhaut? Ich habe vergessen, eine Wasserflasche zu passen, wie es aussieht. Oder habe sie aus Versehen weggeschmissen vorhin. Ich glaube, im anderen ist da noch was drin. Ja, ich brauche ja noch Zwirn, soweit ich weiß, oder? Warte, ich muss mal gucken. Nö, die sind leer. Was hat das Pferd? Ja, Zwirn und Tierhaut brauche ich. Und sonst kann ich das auch unterwegs machen. Ja, Tierhaut kann sich unterwegs machen. Ja, eben. Was ist denn das Messer? Ich habe das Alter, das Messer ist drin. Ja, Tierhaut habe ich schon mal. Shit habe ich auch. Alles gut. Nummer vier. Dann werde ich eher... Was habe ich eigentlich? Eine Spitzhack gebastelt, wenn ich doch schon diese Axt-Spitzhack da habe. Ich bumm. Stimmt, du musst eh deine neuen Waffen holen. Warte mal. Welche? Ja, ja, beim Werkstatt Heino. Ah. Waffen? Ja, Waffen und neue Werkzeuge. Schatz noch Waffen? Na, neue Werkzeuge auch. Okay. Dann nehme ich halt die neuen Sachen an. Ich habe letztes Mal einfach schnell, schnell noch gebastelt, weil ich da in die scheiß Wand reingekommen bin. Einmal Chaos und... Schwarz-Eis-Dolche. Ja. Hattest du nie gedacht? Nein, nein, nein. Oben, die Äxte. Schwarz-Eis haben wir. Chaos und Bosheit? Ja. Chaos und Bosheit, okay. Und darunter die Reihe, die ganze mit... Mit Messer, Spitzhack, bla bla bla. Ja, richtig. Was ist denn mit dem Dolchen gewesen? Was hast du damit vorgehabt? Ich habe die einfach mal gebastelt, wo ich in der Nähe war, dem scheiß Ofen. Weil die Mops haben die Waffen getroppt und ich dachte mir, juck mal rein im Ofen. Achso. Was machen wir mit den anderen? Die nehmen wir auseinander, oder? Die ganze Auseinander-Bönsch rein doppen. Ja. Mache ich auch. So. Gehen hier rein. Das sind die alten Sachen. So. Okay. Dann gehe ich mal zur Schretterbank. Ich muss so verblüten gewesen sein. Geh auf. So. Auf jeden Fall werden für dich Verbände jetzt hergestellt. Da läuft. Das ist immer noch am Rattern. Rattern ja automatisch, ne? Ja. Einfach rein shoppen. Ja, das ist einfach immer angelassen in dem Fall. So. Ich hätte da eine kleine Sache. Darf ich was oben hinstellen? Mach doch. Oder soll ich das, ähm... Ich hab so ein Zelt, so ein riesiges... Oh, jetzt muss ich oben hinstellen dann schon. Ich weiß aber nicht, ob das denn gefällt, sonst kann ich wieder abdauen. Komm mal mit. Wie groß ist das denn überhaupt? Das ist die erste Frage. Warte, ich geb's dir mal. Äh, Moment. Ich geb's dir mal lieber, dann kannst du es dir angucken. Ob du das haben willst oder nicht. Die Frage, die ich mal... Alter, Game. Ich möchte gerne, danke, ne? Danke. Äh, wie groß ist das denn? Das ist ziemlich groß, also... Alter. Du kannst doch wegschmeißen. Ich hab das nur mal von einem Mob gekriegt. Frag mich, wie du das hier hinbauen willst, aber teste mal. Na, ist egal. Wir können auch das wegschmeißen. Ja, muss man probieren hier. Probier mal. Ich hab's reingelegt. Hä? Du kannst es doch hinbauen. Nö, mach mal. Alter, Schatzi. Au, ist Sinn. Ach, ich soll das hinbauen? Na, richtig. Guck mal, wie du es am besten hinbauen kannst. Das ist übes groß. Willst du es wirklich haben? Das ist... Ich sag ja, das ist groß. Du sollst draußen entstellen. Draußen vor der Haustür? Möchtest du dich wegkloppen lassen, das Ding, oder was? Komm mal her. Ist das okay hier? Ja. Sein, dass ich durch die Dächte ja gucke. Ja. Kann man machen. Weiß ich nicht. Ich muss dann von unten gucken. Sonst kann ich es auch wieder abbauen. Nur die Höhe sollte passen. Das ist so ein Schwarzhand-Hauptsegel. Ich kann es auch wieder abbauen, wenn es beschissen aussieht. Wenn du sagst, danke. Du bist der Baumeister hier. Ja, Leute, passen. Ich gucke mal, ob das durch die Decke durchguckt. Sonst baue ich das Ding wieder ab. Ja. Ja, okay, ich baue es ab. Das rückt ja nicht durch die Decke durch. Leck mir ab, sag, ey. Wollte ich das nicht höher stellen? Ich glaube nicht. Oder? Aufheben. Ich gucke mal. Generell sollte man es eigentlich auch höher stellen können. Warte mal. Ja, kann man. Ungültige Gebäude platzieren. Okay, eins unter. Oder was? Okay, nee. Hat es vergessen. Das müsste ich außerhalb, wenn schon platzieren. Das guckt dann durch die Decke durch. Ich schmeiße es weg. Das müsste man wenn schon außerhalb, auf dem Boden wirklich drunter stellen. Weil das muss in einem bestimmten Punkt fixiert sein. Und dann guckt man die Scheißteile durch. Das geht nicht. Das sieht doch cool aus, dieses Schwert hier. Ist das ein Licht? Was man ein- und ausschalten kann? Oder wie ist das? Komm. Das war die Hälfte. Und war den Bewerberbau. Einfach Optionen halten. In der Genre-Assembly. Äh. Interagieren. Wollte. Wollte mal drauf hin. Na, passt schon. Dann musst du noch ein Zimmer einrichten, als du siehst. Ah. Kann man da irgendwas herstellen? Ja. Aber was? Das findet man raus, wenn ich mein Tagebuch gelesen habe. Okay. Das heißt, das ist auch vom Season Pass? Mh-mh. Nein? Von der Motz. Ah. Verstehe. Okay. Frage, die ich dir gerne stellen will. Was machen wir? Äh. Na ja. Erstmal müssen wir gucken, was wir überhaupt machen. Erstmal hast du alle Sachen. Hast du deine Waffen wenigstens jetzt auf dem Rücken schon? Ja. Die habe ich. Du hast alte Waffen auf dem Rücken, oder? Nein. Warte mal. Das Salz. Und das hier muss ich wegbringen. Das ist... Möchtest du das Gold und das Silber haben, oder was? Wo immer. Wie immer. In der Gießerei. In der Gießerei. Die sind aber noch nicht das Barren gemacht, ne? Nö, nö. Ich habe sonst auch immer... Du hast die Gießerei, warte mal. Du müsst hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Die war hier. Ah, da drüben. Münzen rein, das hier rein. Das Salz war ja in der Küche, ne? Federn. Sollen die irgendwo hin? Bei dem Typen hier. Rückengebilde habe ich noch. Rückengebilde, Harpienfedern. Ich glaube, die Sprenggröße war, glaube ich, gewesen. Weil die auch für... Alchemie, glaube ich, ne? Sandstein, Gallenblatt... Äh, was? Sandbestien, Gallenblase. Die kommt rüber in die, äh... Ander Bench, in der... In der Werkstatt. In der Waffen... Waffending war das gewesen? Okay. Ja, das Ding ist... Ding ist halt mit den Dolchen... Hier war das, ne? Mhm. Das Rückengebilde auch? Mach mal rein. Ähm... Ich hab noch ne Flacke dabei, wo wir vorhatten. Das hat... Ja, warte, ich schmeiß das hin. Das ist so, was ich meine. So. Äh... Warte, warte, warte. Muss ich das noch einsortieren? Die Federn. Das war, glaub ich, bei der... Bei der Segetante an dem Segeapparat. Da muss man wieder gucken, wo die schon wieder stand. Stand neben dem Eichitisch. Ja, ist doch, oder? Nee, das ist nicht was. Neben dem Eichitisch. Ja, aber welche Richtung? Hinter dem Eichitisch. Da. Holz da rein. Das müsste auch da rein. Kann ich das da oben aufpacken? Äh, das Harz haben wir irgendwo, glaub ich, da... Äh, hier. Hast du das gedrückt, oder was? Okay. So bin ich jetzt auf einmal überladen. Ach, ich hab aus Versehen, das Zeug rausgeholt, dann schon reingemacht. Äh, ja geil. Äh, ja geil. So. Das ist echt eine Sekunde links. Ja. Ja. Oh, jetzt will ich zur Küche hin. Kann ich das Salz reinstopfen? Hm, haben wir die denn mal? Ah, da ist die richtig. So. Wir haben uns in der Zeit wieder erreicht. Im nächsten Video wird wieder ein bisschen mehr Action laufen. Würde ich mal sagen, haben wir die ganze Rundtour, die ganze Einräumerei hier erledigt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Und tschüss. So. So. Vielen Dank.